Muss es wirklich ein iPad sein? Oder ist vielleicht ein Surface mit Windows-Betriebssystem oder sogar ein Samsung mit Android die bessere Wahl für den Schulalltag? Genau diese Frage habe ich mir vor einem Dreivierteljahr auch gestellt, mich dann gegen ein iPad entschieden und möchte euch nun so meine Erfahrungen aus dem Schulalltag teilen. Damit du am Ende weißt, soll ich mich lieber bei Apple, Samsung, Microsoft oder einem ganz anderen Hersteller umschauen? Und so viel vorab, die beste Wahl gibt es nicht. Das kommt ganz auf deinen Nutzerverhalten an. Für dieses Video schauen wir zuerst Apple als Marktführer genauer an, gucken wie gut sich die Microsoft-Produkte in der Schule schlagen oder ob vielleicht sogar ein Samsung Galaxy Tab die bessere Wahl ist. Und am Ende gehe ich ja nochmal auf andere Hersteller ein und probiere so eine grobe Orientierung zum Thema Preise zu geben. Doch erstmal die Frage, was macht Apple richtig, dass sie in den Schulen so beliebt sind? Und wann ist das für mich die beste Wahl? Die Frage ist ganz einfach. Wenn du eh schon andere Apple-Geräte nutzt, hol dir ein iPad. Denn das ist, was diese Marke auseinrichtet. Diese super Kompatibilität unter den Geräten. Es ist so einfach, seine Daten zu synchronisieren, einfach über die iCloud. Du hast es also immer auf dem iPhone mit dabei und kannst so überall lernen. Auch wenn du mal am Bahnhof gestrandet bist. Den größten Vorteil, den Apple in der Schule hat, ist eben, dass sie schon so etabliert sind. Dadurch, dass die meisten ein iPad nutzen, sind halt Features wie AirDrop wirklich praktisch. Ich habe es ja schon im letzten Video erwähnt, dass sich viele meiner Mitschüler einfach ihre Notizen und Hausaufgaben vor der Stunde nochmal hin und her schicken. Aber um daran teilzunehmen, braucht man halt ein iPad. Und das ist dann wirklich der Vorteil. Außerdem ist bei uns hier das Zimmer mit AirPlay ausgestattet. Das heißt, man kann sich einfach mit dem Beamer verbinden und so zum Beispiel der Klasse seine Lösung präsentieren. Apps wie Notability oder GoodNotes sind gerade für den Schulalltag wirklich gut geeignet. Kosten zwar auch rund 10 Euro, aber auch, dass man alles so individuell einstellen kann, trägt einfach zu einem guten Nutzererlebnis bei. Und diese hervorragende Kamerakqualität macht nicht mehr mehr das Einscannen von Arbeitsblittern zu einem Problem. Außerdem muss man sagen, dass die iPads mittlerweile super leistungsstark sind. Vor allem die Modelle mit dem M1-Chip bekommt man schon fast gar nicht mal an ihre Leistungsgrenze gedrückt. Und die Komponenten sind auch echt gut aufeinander abgestimmt. Der Apple Pencil ist auch ein wahrer Handschmeichler. Perfekt, um damit auch mal längere Texte zu schreiben. Das würde man für 130 Euro auch erwarten. Und auch wenn das bisher alles super klang, finde ich, dass ein iPad auch zusammen mit einem Magic Keyboard, was by the way 370 Euro kostet, kann das für mich kein Laptop oder ein Tower-PC ersetzen. Denn auch wenn die Office-Programme auf dem iPad laufen, ist es nur die Mobile-Version. Und die ist im Vergleich zur Desktop-Version vom Funktionsumfang schon etwas eingeschränkt. Zwar vollkommen ausreichend, meistens für die Schule, aber ich habe es auch schon erlebt, da wurden dann PowerPoint-Präsentationen auf dem iPad angefertigt. Aber dann bei der Ausgabe über den Beamer, wo konnten dann irgendwelche Dateien nicht angezeigt werden, irgendwelche Bilder oder die Formatierung war verschoben. Und auch beim Ausdrucken von Docs-Dateien, die über das iPad angefertigt wurden, gab es irgendwelche Formatierungsfehler und sowas. Und das passiert eben bei der Desktop-Version nicht. Was auch immer wieder für Frust sorgt, ist eben diese Ordnerstruktur. Man kann zwar Dateien speichern, etc., aber eben nicht so einfach hin- und herwerfen, wie man das mit einem PC machen kann. Das heißt, wer gerne mit Office arbeitet oder zu Hause sowieso auf Windows setzt, für den könnte ein Surface interessant sein. Denn fast alle Nachteile, die so ein iPad hat, macht das Surface im Prinzip besser. Denn der große Unterschied ist, während ein iPad ein Tablet ist, welches probiert auch ein Laptop zu sein, ist das Surface ein Laptop, welches probiert auch ein Tablet zu sein. Das heißt, darauf läuft reines Windows, man hat alle Programme und Applikationen wie auf einem normalen PC und zusätzlich diese Stift- und Touch-Eingabe. Und das funktioniert echt gut. Bei den neueren Surface Pro Modellen ist der Stift jetzt auch so flach, dass man ihn in der Hülle laden kann. Dieses flache Design muss man mögen. Er fühlt sich auch nicht ganz so hochwertig an wie bei Apple, aber dafür kann man ihn beim Schreiben einfach umdrehen und so das, was man geschrieben hat, einfach wieder löschen. Das klingt erstmal merkwürdig, ist aber in der Praxis wirklich super praktisch. Die Tastatur ist, wie ich finde, eine der besten, die es zu einem Tablet überhaupt gibt und das Display ist mit seinen 13 Zoll fast so groß wie ein A4-Blatt und das macht es beim Mitschreiben wirklich angenehm, weil man da nicht ständig so rüberwischen muss. Die Synchronisation über OneDrive funktioniert auch einwandfrei. Die meisten nutzen OneNote für ihre Aufzeichnungen. Das ist in manchen Punkten auch ein bisschen besser, aber Notability und GoodNotes wirken in der Schule einfach ein bisschen ausgereifter. Aber am Ende ist das auch Geschmackssache. Man kann sich mit dem Gerät sogar Wireless mit dem Beamer verbinden, sofern der über Screen Mirroring verfügt und hier drauf läuft sogar WhatsApp im Gegensatz zu iOS oder Android Geräten, denn es gibt so eine Regel bei WhatsApp oder auch Signal, dass sie halt nur den Zugriff eines mobilen Geräts zulassen, aber dadurch, dass hier Windows-Betriebssystem drauf ist, gilt diese Regel nicht. Übrigens, die Vokabel-App Anki läuft hier drauf auch viel besser als bei der Mobile-Version und das sogar kostenlos. Aber man muss natürlich auf die meisten Apps aus dem Play Store bzw. App Store verzichten. Sowas wie die Noten-App gibt es nun mal nicht für das Surface. Auf YouTube und Google-Kalender und all das kann man easy über den Browser zugreifen. Was auch ein bisschen schade ist, die Kameraqualität. Also beim Einscannen merkt man das dann schon, in dem Bereich kann das Surface nicht mit einem iPad mithalten. Und die Leistung ist bei meinem Surface Pro 8 mit 8 GB auch für die Schule vollkommen ausreichend. Für leichte Bildbearbeitung geht es auch noch, aber wenn es dann in Richtung Videoschnitt gehen soll, da wird es schwierig. Der Akku hält im Energiesparmodus knapp über so einen Tag, ist also auch nicht der allerbeste. Und das Surface ist wegen seiner schieren Größe auch relativ schwer. Also auch nicht das perfekte Gerät. Was hat Samsung da zu bieten? Das Samsung Galaxy Tab erfüllt auf jeden Fall alle Anforderungen mit einer annehmbaren Kamera, einer wirklich guten Stifteingabe, einer hervorragenden Akkulaufzeit und einem relativ leichten Gewicht. Es hat sogar, im Vergleich zu den Modellen davor, einen erweiterbaren Speicher per MicroSD-Karte und der Stift ist bei fast allen Modellen im Bereich inbegriffen bzw. im Lieferumfang enthalten. Das ist wieder ein Tablet, welches auch so ein bisschen probiert, ein Laptop zu sein, dabei aber nicht wirklich besser ist als ein iPad. Das heißt, die Office-Apps sind auch wieder in der Mobile-Version und OneDrive hängt so ein bisschen hinterher bzw. hakt immer mal. Selbst OneNote ist stark in seinem Funktionsumfang eingeschnitten und es gibt Apps, die sich erstklassig zum Mitschreiben eignen. Die lassen sich nur wiederum nicht so gut mit anderen Geräten synchronisieren und das Einscannen ist halt auch schlechter als bei Apple. Eine ähnliche Funktion wie AirDrop gibt es zwar, nennt sich Google Nearby Share oder Quick Share, nutzt nur niemand und soll auch ein bisschen langsamer sein als AirDrop. Außerdem, sich mit dem Beamer im Klassenzimmer zu verbinden, um was an die Wand zu projizieren, ist halt auch ziemlich kompliziert mit so einem Samsung-Tab. Also man kann damit auf jeden Fall auch gut arbeiten. Nur was ist jetzt die beste Wahl? Das probiere ich in meinem Fazit ein bisschen deutlicher zu machen. Ich finde, es kommt darauf an, welche Geräte ihr schon besitzt und ob ihr die miteinander verknüpfen wollt. Für mich beispielsweise ist es total angenehm, mich zu Hause an meinen PC zu setzen und genau dort weitermachen zu können, wo ich in der Schule aufgehört habe. Weil beide Geräte reines Windows sind, funktioniert das super. Deshalb sage ich auch, wenn ihr schon Apple-Produkte besitzt, geht mit dem iPad. Genauso bei Windows. Habt ihr ein Tower-PC, welchen ihr gerne nutzt, schaut euch bei Windows-Tablets um. Wobei, ein Surface kann auch ein Laptop ersetzen. Und für wen diese Synchronisation keine so große Rolle spielt, wer einfach nur ein Tablet zum Lesen, Zeichnen, Schreiben und Videos schauen sucht, der sollte sich bei Samsung umschauen. Noch kurz etwas zu anderen Herstellern. Denn vor allem im Windows-Bereich lohnt es sich so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Denn Asus, Lenovo und Huawei bieten da teilweise Modelle an, die zwar keine so gute Stifteingabe haben, aber dafür deutlich günstiger sind als ein Surface. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, einen richtigen Laptop zu verwenden. Lenovo bietet da beispielsweise auch Modelle mit Stifteingabe an. Die haben dann auch mehr Arbeitsspeicher als so ein gewöhnliches Surface. Aber davon rate ich eher ab. Denn was da essentiell fehlt, ist nun mal die Kamera. Und das dann irgendwie immer so mit Dokumente einscannen, übers Handy zu machen und sich das dann wieder zu schicken und sowas, wird auf Dauer wirklich nervig. Deshalb überlegt euch das gut, wenn ihr in die Richtung gehen wollt. Zum Schluss wollte ich euch ja noch eine grobe Orientierung zum Thema Preise mitgeben. Denn als ich mein Tablet vor einem Dreivierteljahr ausgeducht habe, war mein Preislimit 1000 Euro mit Zubehör. Und ich weiß, das ist eine ganze Stange Geld. Vor allem, wenn man das Ding täglich mit durch die Schuhe schleppen will, was ja nun nicht so der sicherste Ort ist. Aber auch gerade das ist der Punkt. Man möchte es täglich nutzen. Und dafür ist es das auf jeden Fall wert. Denn natürlich, man kann sich auch ein günstigeres Modell aussuchen, nur dann ist man auch schnell frustriert, wenn es anstatt einem flüssigen Swipen eher so ein Ruckeln ist und wichtige Apps, die man gerade zum Schreiben braucht, ständig abschmieren. Und dann erfüllt es eben nicht seinen Zweck, meiner Meinung nach. Denn was es ihr bringen soll, ist den Schulalltag zu erleichtern und eben nicht anstrengend zu machen. Ein beliebtes Modell in der Schule ist das iPad der 9. Generation. Dort gibt es auch wirklich gute Alternativprodukte, was den Stift und die Tastatur angeht. Also wenn man ein bisschen Geld sparen möchte, kann man sich auch dort umschauen. Ansonsten kann ich auf jeden Fall das Surface Pro 8 empfehlen. Hier mit 8 GB RAM bin ich bisher super mit klargekommen. Mit Stift und Tastatur eben rund 1000 Euro. Und bei Samsung gibt es noch das Samsung Galaxy S8. Auch eben um die 800 Euro. Solltet ihr jetzt noch unsicher sein, ob sich so ein Tablet überhaupt für die Schule lohnt, dann könnt ihr mal hier klicken. Dort gelangt ihr zu einem Video, wo ich genau das erkläre. Ansonsten, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zu Tablets ETC habt, dann könnt ihr mir diese gerne in den Kommentaren stellen. Erzählt auch gerne von euren Erfahrungen. Bin ich sehr gespannt, das zu lesen und ich probiere alle Fragen so gut es geht zu beantworten. Und ansonsten würde ich wieder sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hau da rein und ciao!